Hallo meine lieben Leute, ich bin's und zwar mit APS Blumen. Sag mal Hi! Hiiii! Ja und wir wollten ein Video für FreshTorger machen, weil wir seine Videos so feiern. Ja! Und am meisten Lexa und Sandra und Hauptkanzler Ronny. Und ja, dann wollten wir mal für FreshTorger mal ein Video machen. Es war APS, aber egal. Wir hoffen, dass du es trotzdem magst, Torger. Bevor das Video anfängt, nicht wundern, APS Blume hat Kieferbrecherdinger drin und deshalb kann sie nicht richtig reden und macht immer... Genau. Kleine Vorwarnung, APS Blume, die hat Kiefernbrecherdinger drin. Nein, mach das weg, Sacke, ich hab... Also, nicht wundern, APS Blume hat eine Zahnspange drin und deshalb kann sie noch nicht so richtig gut reden. Also, nicht wundern, ne? Jetzt geht's los! Ja! Jetzt geht's los! Lexa und die zweiten Titten sind mal wieder irgendwo am Rauchen. Boah Leute, das ist so nice! Wir sind ja voll die ganze Gang! Ja! Und bald werden wir den Uschis Muschis, werden wir bald denen das Handwerk legen. Hab ich recht, Dennis? Aber sowas von Lexa! Okay, dann werden wir mal losgehen! Los! Aber bevor sie ihren Plan in die Tat umsetzen konnten, steht ihnen Kommissar Ronny im Weg. Schönen guten Tag! Scheiße! Oh, nicht von mir, der Neuer war noch... Hauptgommissar Ronny mein Name! Wer seid ihr? Wir sind die dritten Titten! Schon 100 Typen geritten! Du glaubst oder du bist stark? Wir prüge dich in den Sarg! Das habt ihr aber wieder mal schön auswendig gelernt! Ach nee! Was haben wir denn da? Eine Zigarre! Kennst du das nicht? Was? Ja echt mal! Du bist doch erwachsen! Du müsstest doch wohl kennen! Also wirklich! Also ich kenn das! Aber ihr seid noch viel zu jung, um überhaupt eine Zigarette bei euch zu haben! Boah! Du weißt doch gar nicht mal, wie alt ich bin! Ich bin schon 19! Wer's glaubt! Ja, ich glaub's! Ja guck mal, sie ist auch voll geil! Äh... Ja gut! Ähm... Ich hab hier meinen Kumpel mitgebracht! Den Jürgen! Hi! Ich bin der Jürgen! Boah heute, der sieht voll geil aus! Komm! Wollen wir uns ein Zimmer tragen? Hier, da hinten! Hm? Äh... Ich bin eigentlich im Dienst! Und? Scheiß drauf! Genau! Jetzt hast du einen anderen Dienst! Komm! Ja du nicht, Shani! Qua! Weg da! Jürgen! Äh... Viren teilen später und ich geh erstmal Jürgen hinterher! Alter! Wieso kiffst du denn? Hm? Kein! Hm? Boah! Sie ist schon leer! Ich krieg mich einfach nicht von meinem Schatz weg! Ciao! Ciao! So! Wir hoffen euch hat's gefallen! Ja! Und ja! Ich kann eigentlich Lexa sehr gut nachsprechen! Aber... Naja! Diesmal hat's irgendwie nicht geklappt, weil ich ein bisschen Halsschmerzen habe! Also wer war das denn? Ja! Keine Ahnung! Ähm... Auf jeden Fall hoffe ich mal... Es hat euch gefallen! Und... Tage! Hoffentlich hat's dir auch gefallen! Und wenn's dir gefallen hat, bitte einen Kommentar da lassen! Damit wir wissen, dass du es gesehen hast! Foto hoch! Und tschau! Foto hoch! Und tschau! Was wird das denn? I don't know! I don't care! What people say! Und jetzt hör mal auf zu nerven, ey! So wir melden uns jetzt später, ne? Dann werden wir erstmal schönen Party machen, ne? Natürlich nicht, aber... Pff! Okay.